Angefangen habe ich mit einem Informatikstudium. Ich habe dann schnell gemerkt, dass es doch zu viel Theorie ist für mich. Ich brauchte einfach irgendwas mit den Händen. Ich wollte was machen, ich wollte was erschaffen und ich wollte Neues sehen. Deswegen bin ich kurz darauf nach Südostasien und habe mich da mit Einheimischen angefreundet. Die haben ihre Kultur gezeigt, vor allem ihre Küche und da habe ich gelernt ganz einfache Sachen wie Feuer machen, über Feuer kochen und da habe ich die Leidenschaft entdeckt zur Küche, zu den Zutaten, zu den Früchten und ich wollte mehr erfahren und wollte mehr lernen, wie macht man was, wie bereitet man es richtig zu und da fiel mir eigentlich nur ein, ich muss eine Lehre als Koch machen und da fiel mir auch recht schnell der Stangehut ein, weil der Stangehut ist für mich ein Traditionshaus. Dann habe ich seit September hier meine Lehre angefangen und ich bin total zufrieden. Die Kollegen sind super, die Küche top ausgestattet, man hat tolle Chefs, ein internationales Team, was man hier lernt, das macht einfach Spaß und ich freue mich auf die weitere Lehre hier.